Hallo, liebe Kinder. Ich bin Oberst Johann Jakob Leutenegger und ich möchte euch von meinem aufregenden Leben erzählen. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine spannende Reise in die Vergangenheit. Ich wurde im Jahr 1806 in Liesdal geboren. Schon als kleiner Junge war ich fasziniert von Geschichte und Geografie. Ich träumte davon, die Welt zu erkunden und ferne Länder kennenzulernen. Doch mein strenger Großvater entschied, dass ich Metzger werden sollte, wie es in unserer Familie Tradition war. Also wurde ich ein Metzger, obwohl ich im Herzen immer noch von der Ferne träumte. Als ich älter wurde, trat ich in die Armee ein und wurde ein Soldat. Ich war so begeistert von der Idee, mein Land zu verteidigen und für die Menschen zu kämpfen. Ich stieg schnell in den Rängen auf und wurde schließlich zum Oberst befördert. Das war ein hoher Titel und ich war stolz darauf, diesen wichtigen Posten zu haben. Neben meinem Dienst in der Armee war ich auch politisch aktiv. Ich wurde in den Landrat gewählt, wo ich mich für die Interessen der Menschen einsetzte. Ich schrieb sogar eine Schrift über die Meinungsfreiheit und die Bedeutung der freien Presse. Ich wollte, dass die Menschen ihre Stimme erheben und ihre Meinung frei äußern können. In meiner Zeit als Oberst habe ich an einigen Schlachten teilgenommen. Es war gefährlich und aufregend zugleich. Bei der Schlacht an der Hälftenschance im Jahr 1833 spielte ich eine wichtige Rolle. Wir kämpften für die Freiheit und den Zusammenhalt unserer Region. Es war ein entscheidender Moment, der den Kanton Basel-Landschaft prägte. Später zog ich nach Zunsken und führte dort eine Besenwirtschaft. Das war ein Ort, an dem die Menschen zusammenkamen, um zu essen, zu trinken und gute Gespräche zu führen. Ich genoss es, Teil dieser lebendigen Gemeinschaft zu sein. Im Jahr 1888 verließ ich diese Welt, aber mein Erbe bleibt lebendig. Ich bin stolz darauf, Teil der Geschichte von Zunsken und des Kantons Basel-Landschaft zu sein. Ich hoffe, dass meine Geschichten euch inspirieren und daran erinnern, dass jeder von euch einen Unterschied machen kann. Egal, ob ihr ein Soldat, ein Politiker oder ein Träumer seid, ihr habt die Kraft, die Welt zu verändern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, meine Geschichte zu hören. Bleibt neugierig, verfolgt eure Träume und seid stolz auf eure Wurzeln. Ihr seid die Zukunft und könnt die Welt zu einem besseren Ort machen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.